Es gab ja in mehreren Medien übergreifend, egal wie man die einschätzt, die Vermutung, dass Angela Merkel ein Druckmittel hatte. Verraten Sie, welches das war? Sie treiben ja bis 2030 die autofreie Innenstadt voran. Warum investieren Sie dann noch in die wirtschaftliche Entwicklung der Innenstadt? Es gibt ja oft den Vorwurf gegenüber Politikern, die nie in der freien Wirtschaft gearbeitet haben, dass sie keine Wirtschaftspolitik machen können. Sehen Sie das auch so? Finden Sie, man braucht Praxiserfahrung in der freien Wirtschaft, um gute Wirtschaftspolitik machen zu können? Dann vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mir für ein Interview in dem Podcast zur Verfügung zu stehen. Vielleicht können Sie sich einmal kurz vorstellen. Andreas Bovenschulte, Bürgermeister in Bremen und auch Präsident des Senats für das Land Bremen. Wie geht es Ihnen? Ganz gut. Die Zeiten sind nicht die einfachsten, aber man tut, was man kann. Sehr gut. Und wie geht es der Bremer Wirtschaft? Die wird natürlich in Mitleidenschaft gezogen durch die Corona-Krise oder genauer gesagt durch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise. Das ist klar. Der partielle Lockdown oder Shutdown, den wir jetzt haben, der führt ja nicht dazu, dass sich die wirtschaftlichen Aussichten verbessern. Ich hoffe sehr, dass es nicht so lange andauert und dann die Wirtschaft wieder voll durchstarten kann. Was verbinden Sie denn speziell mit der Bremer Wirtschaft? Die Bremer Wirtschaft ist eine sehr starke und leistungsfähige, natürlich mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Wir haben einen starken industriellen Bereich, einer der größten Wirtschafts-, also Industriestandorte Deutschlands, mit der Autoindustrie, der Flugzeug- und Raumfahrtindustrie, natürlich dem Stahl und auch den Werften im Verbund mit den Häfen. Also haben wir einen sehr hohen Industrieanteil, damit verbunden auch einen sehr hohen Exportanteil. Und das macht uns natürlich durchaus auch sehr konjunkturanfällig, wie das immer ist, wenn man einen hohen Exportanteil hat. Dann gibt es natürlich eine starke, sehr starke wissenschaftsbasierte Wirtschaft, die sich um die Universitäten und Hochschulen drumherum gegründet hat. Nehmen wir zum Beispiel mal den Technologiepark, der zweitgrößte Deutschlands. Dann haben wir natürlich eine starke Nahrungs- und Genussmittelwirtschaft und wir sind auch im Dienstleistungsbereich nicht ohne. Also insgesamt eine sehr vielfältig und in vielen Bereichen sehr gut aufgestellte Wirtschaft. Sie persönlich sind jetzt ja schon ein bisschen Politiker. War das immer schon Ihr Plan? Nein, das war es nicht. Ich habe ja auch viele Jahre was anderes gemacht. Ich habe nach dem Studium an der Uni gearbeitet und da promoviert und habe dann meinen Jura-Referendariat gemacht. Und mein erster Job, den ich gemacht habe, der war Mitarbeiter bei einer Firma, die hieß damals Bremen Online Services und heißt jetzt Gouvernicus KG. Und da war ich einerseits Justiziar für die unternehmerischen Angelegenheiten, habe mich aber andererseits in IT-Projekten getummelt. Und zwar im Bereich E-Government, also der rechtsverbindlichen Kommunikation zwischen Bürgern und Behörden. Und war es schon immer Ihr Plan, Jurist zu werden? Nein, auch nicht. Während der Schulzeit überlegt man sich ja nicht, Jurist zu werden, sondern ich weiß gar nicht, was ich ganz genau planen wollte. Also ich hatte vor, glaube ich, Politikwissenschaft zu studieren, aber wenn ich noch ehrlicher bin, hatte ich gar keine richtigen Vorstellungen. Weil damals war das ja so, man machte Abi und dann hatte man ja erst nochmal anderthalb bis zwei Jahre Bundeswehr- oder Zivildienst, in meinem Fall Zivildienst. Da hat man sich dann noch nicht große Gedanken über das Studium gemacht. Das habe ich dann erst während des Zivildienstes und da habe ich gedacht, Jura könnte was sein für mich. Es gibt ja oft den Vorwurf gegenüber Politikern, die nie in der freien Wirtschaft gearbeitet haben, dass sie keine Wirtschaftspolitik machen können. Sehen Sie das auch so? Finden Sie, man braucht Praxiserfahrung in der freien Wirtschaft, um gute Wirtschaftspolitik machen zu können? Ja, was man in der freien Wirtschaft lernt, ist in der sogenannten freien Wirtschaft, ist ja vor allen Dingen betriebswirtschaftliches Wissen und Denken. Und was man als Politiker braucht, ist vor allen Dingen volkswirtschaftliches Wissen und Denken. Und das hat man auch nicht unbedingt in einem Unternehmen. Aber das vorweggeschickt hilft es natürlich, die unterschiedlichen Bereiche unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft kennengelernt zu haben. Also insofern freue ich mich, dass ich mal dreieinhalb Jahre, vier Jahre die Erfahrung gemacht habe, wie es ist, Software verkaufen zu müssen und quasi auch als Vertriebler zu arbeiten. Und diese Seite mal kennengelernt zu haben, sich auf Ausschreibungen zu bewerben und nicht auf der Seite des Auftraggebers zu sitzen, sondern auf der Seite des Auftragnehmers. Das war schon sehr hilfreich und das war bestimmt eine gute Erfahrung. Aber die nötigen volkswirtschaftlichen Kenntnisse, die man braucht, um Wirtschaftspolitik betreiben zu können, die eignet man sich da natürlich nicht an. Und gibt es denn Unterschiede zwischen der Arbeit der freien, der sogenannten freien Wirtschaft und dem öffentlichen Dienst? Ja, es gibt Unterschiede, aber es gibt halt auch riesige Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Branchen der privaten Wirtschaft. Also wenn man bei einem riesigen Konzern arbeitet, dann gibt es viele Vergleichbarkeiten zum öffentlichen Dienst. Wenn man in einer ganz kleinen Firma arbeitet, wo man vielleicht nur der eigene Chef oder die eigene Chefin ist oder eine oder zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, dann ist das was völlig anderes. Also das kann man so pauschal nicht sagen. Meine These ist eher, es gibt einen Unterschied zwischen der Arbeit in Großunternehmen. Dazu gehört natürlich auch der öffentliche Dienst und den kleinen oder mittleren Unternehmen. Da gibt es schon erhebliche Unterschiede. Wir haben eben kurz schon über den Wirtschaftsstandort Bremen gesprochen, was gut daran ist. Fällt Ihnen auch was ein, was nicht so gut vielleicht am Wirtschaftsstandort Bremen ist? Na klar, wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit am Wirtschaftsstandort Bremen. Das ist natürlich nicht gut, weil das zeigt, dass es, wie man das neudeutsch nennt, kein so gutes Matching zwischen dem Anforderungsprofil und dem Arbeitsmarkt, also denjenigen, die nach Arbeit suchen, gibt. Das ist sicherlich was, was man durch mehr und bessere und gezieltere Ausbildung und Weiterbildung besser in den Griff kriegen kann. Dann ist sicherlich ein Problem, dass wir uns immer noch mitten in einem Strukturwandel, das sich seit drei Jahrzehnten hinzieht, befinden. Das haben wir mit vielen Regionen gemeinsam, die auch mal geprägt waren durch traditionelle Industrien. Und das führt ein bisschen dazu, dass wir manchmal nicht in den Blickwinkel geraten als Standort für moderne, zukunftsorientierte Wirtschaftsunternehmen, obwohl das eben in der Praxis völlig falsch ist. Ich habe ja schon den Technologiepark um die Uni herum erwähnt, der ist bundesweit einer der Führenden. Aber sozusagen das Image Brems ist es ja nicht, ein Zentrum für künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Robotik oder Ähnliches zu sein. In Wirklichkeit sind wir das, aber nicht jeder sieht uns so. Ich glaube, das ist ein Nachteil des Wirtschaftsstandorts Brems. Wir machen uns nicht groß genug und nicht stark genug, sondern machen uns nach außen häufig zu klein. Wie macht man denn den Wirtschaftsstandort Bremen nach außen groß genug und verbessert das Image? Da kann man sagen, da helfen auch ein paar Imagekampagnen. Aber eigentlich hilft nur eins, in dem alle Leute, die davon überzeugt sind, dass Bremen viel zu bieten hat, in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht darüber auch reden und positiv reden. Und das, sage ich mal, man soll nicht das beschweigen oder verschweigen, was nicht gut ist. Aber es hilft natürlich nicht immer nur über Schwächen, sondern auch über Stärken zu reden. Und die norddeutsche Mentalität hilft da nicht immer. Da ist ja, man kann nicht meckern, schon das höchste Lob, was ausgesprochen wird. Und da sind andere Städte und Regionen, sage ich mal, mit ihren Erfolgen weitaus offensiver oder gehen damit offensiver um. In Bremen ist es ja häufig so, dass eher immer nach dem Haar in der Suppe gesucht wird, wenn man mal was hinkriegt und geguckt wird, ob man nicht doch was kritisieren kann, als dass man stolz darauf ist, wenn man was hinkriegt. Also da wird es manchmal, übertreiben wir es mit unserer hanseatischen Zurückhaltung etwas. Und unterscheidet das auch die Bremer Unternehmerinnen und Unternehmer von anderen? Oder gibt es da andere Merkmale, die Sie finden, die die unterscheiden? Also es gibt ganz viele hochinnovative Bremer Unternehmerinnen und Unternehmer, die auch sich sehr mit dem Standort identifizieren. Aber ja, ich glaube, es gibt ein bisschen die Tendenz, den Bremer Standort auch nach außen in etwas schlechter darzustellen, als er tatsächlich ist. Wie gesagt, das machen nicht alle. Es gibt ganz, ganz viele, die da auch mit Haut und Haaren Bremen hochleben lassen und verteidigen. Es gibt aber auch einige in Bremen, das meinte ich mit hanseatischer Zurückhaltung, die dann doch sich eher sehr verhalten ausdrücken. Und ich glaube, in einer Stadt wie Hamburg oder München ist das anders oder auch Köln. Da ist das Selbstbewusstsein mit dem nach außen gegangen und wird einfach größer. Und glauben Sie, dass das Bildungssystem, das Bildungsniveau in Bremen auch ein Einfluss auf dem Wirtschaftsstandort oder die Bewertung des Wirtschaftsstandortes hat? Ja, das glaube ich. Das wird ja auch immer gesagt. Es wird gesagt dadurch, dass Bremen nicht besonders gut, um es vorsichtig auszudrücken, bei den verschiedenen Tests abschneidet, dass das ein bestimmtes Image konstituiert von Bremen. Das ist auch nicht falsch. Manchmal wird das auch damit verbunden, dass gesagt wird, Mensch, bei dem, was man so über Bremer Schulen hört, da habe ich Schwierigkeiten. Sagen manche Unternehmen, Fachkräfte zu gewinnen oder Leitungskräfte. Ich sage immer, das glaube ich nicht, weil die Schulen, auf die die Kinder von Leitungskräften dann in Bremen gehen, ganz häufig ja nicht die sind, die dann bei den Tests nicht gut abschneiden. Da findet ja auch eine Art soziale Zuordnung statt, wenn ich es mal vorsichtig ausdrücke. Aber das spielt natürlich eine Rolle. Jedenfalls wird es in Diskussionen immer und in Debatten immer wieder benannt, dass gesagt wird, ihr müsst das an eurem Image als Schulstandort tun. Und ganz falsch ist das ja auch nicht. Und retten dann, also retten ist vielleicht das falsche Wort, aber helfen dann nicht die Schulen in freier Trägerschaft, die Sie wahrscheinlich ansprechen, sozusagen Bremen, indem man sagt, ja, vielleicht ist das öffentliche Bildungssystem nicht so gut, aber wir haben hier Privatschulen, zu denen Sie Ihre Kinder schicken können? Naja, es gibt ja auch sehr viele gute öffentliche Schulen, zu denen man die Kinder schicken kann. Das muss man ja sagen. Also wir haben viele Schulen, die ausgezeichnet wurden mit Preisen, auch öffentliche Schulen, und die eine sehr gute Arbeit machen. Das ist nicht durchgängig immer der Fall, häufig auch deshalb, weil die Bedingungen so unterschiedlich sind und die Bedingungen so schwierig. Aber ja, auch private Schulen sind ja vom Grundgesetz vorgesehen und gehören damit zur Schullandschaft. Man muss allerdings immer aufpassen, dass das Schulsystem nicht aus dem Gleichgewicht gerät und wir eine Spaltung haben in sehr gute Schulen und Schulen, die Probleme haben. Weil wenn man diese Unterscheidung zu stark hat und zu stark zulässt, dann hat man insgesamt ein riesiges Problem, weil dann das dazu beiträgt, dass die Gesellschaft weiter auseinanderfällt. Also es sollte schon das Beschriebene sein, dass alle Schulen leistungsfähig und guten Unterricht machen, was ja auch zur Folge hat, dass wir die Schulen, die, sage ich mal, Schülerinnen und Schüler haben, die es nicht so leicht haben im Leben, dass diese Schulen am besten ausgestattet werden, damit sie da ein bisschen versuchen können, Chancengleichheit herzustellen. Also Sie akzeptieren Privatschulen, finden die jetzt aber nicht besonders gut oder so? Also ich akzeptiere Privatschulen, habe ich ja gesagt, sind im Grundgesetz vorgesehen. Auch die Finanzierung von Privatschulen ist da geregelt. Ich kenne etliche Privatschulen, die auch einen sehr guten Unterricht machen und die sich übrigens auch bemühen, keinerlei elitäre Tendenzen zu haben. Das muss man ganz klar sagen. Also insofern bin ich überhaupt nicht der, der sagt, man kann mit Privatschulen überhaupt nichts anfangen. Ich verweise aber darauf, dass das Grundgesetz auch sagt, Schulgebühren müssen so gestaltet sein, dass sie keine Sonderung der Eltern nach den Besitzverhältnissen begünstigen. Und da muss man eben gucken. Es darf nicht sein, dass eine Gesellschaft, die sich sowieso dazu tendiert, immer stärker polarisiert zu sein, dass die sich dann auch noch auf unterschiedliche Schulen immer stärker verteilt und dann die Menschen aus unterschiedlichen Stadtteilen und unterschiedlichen sozialen Leiden gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Übrigens einer der Gründe, warum das Grundgesetz private Grundschulen nur in extrem engen Grenzen zulässt, weil die Gefahr, dass Teile der Gesellschaft von vornherein schon in früher Kindheit voneinander getrennt werden und nicht mal mehr zusammen zur Schule gehen, das ist natürlich eine große Gefahr. Ja. Herr Bovenschulte, wie stehen Sie denn zum Kapitalismus? Das ist natürlich eine große Frage, gelassen ausgesprochen. Kapitalismus ist ja erstmal ein Analysiebegriff, der unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem beschreibt, wo die treibende Kraft der wirtschaftlichen Entwicklung, der Drang nach Mehrung von Kapital ist. Ich glaube, das ist keine völlig falsche Beschreibung unserer real existierenden Gesellschaft. Und der Kapitalismus hat auch in der Analyse seiner Kritiker ja immer zwei Seiten. Einerseits war und ist er das Gesellschaftssystem, was uns immer weiter betrieben hat, immer neue Innovationen, neue Produkte hervorbegebracht hat. Marx hat gesagt, der Kapitalismus verdampft alles Ständische, war also ein großer Modernisierer in der Weltgeschichte. Andererseits ist Kapitalismus ein Wirtschaftssystem, was sehr große Ungleichheiten hervorbringt durch die unterschiedlichen Rollen im Wirtschaftsprozess. Ein Wirtschaftssystem, was keine Rücksicht auf natürliche Grenzen nimmt, sondern dessen Triebkraft halt die Mehrung von Gewinn oder in klassischer Terminologie von Profit ist. Und deshalb ist es so notwendig, den Kapitalismus einzugrenzen, zu bändigen, zu domestizieren, weil er sonst dazu neigt, sich selbst zu zerstören oder jedenfalls die Lebensgrundlagen, die sozialen und die natürlichen der Menschen zu zerstören. Das heißt, Sie sind schon ein Kritiker des Kapitalismus? Ich bin ein Kritiker und Reformer des Kapitalismus wie jeder Sozialdemokrat. Und ehrlich gesagt, wie unser Grundgesetz auch, weil das Grundgesetz sagt ja nicht, dass die Bundesrepublik Deutschland ein kapitalistischer Staat ist, sondern ein demokratischer und sozialer, man achtet darauf, sozialer Rechtsstaat. Und das Sozialstaatsprinzip ist ja gerade eins, was deutlich macht, dass es die Aufgabe der Politik ist, Wirtschaft und Kapitalismus nicht als Schicksal zu begreifen, sondern ihn demokratisch und sozial zu gestalten. Und dazu muss man ihn verstehen, dazu muss man ihn kritisieren und dazu muss man dann auch die nötigen Leitplanken einbauen. Was sicherlich nicht funktioniert, das hat ja auch die Geschichte gelernt, ist, eine kapitalistische Wirtschaft durch eine rein staatliche Wirtschaft zu ersetzen. Da hat man dann sich wieder ganz andere Probleme eingehandelt. Meine feste Überzeugung ist, wir brauchen ein gemischtes Wirtschaftssystem, wie wir es ja de facto auch haben, mit starken öffentlichen Leitplanken und starken öffentlichen Unternehmen als Gegenstück und Ergänzung einer starken privaten Wirtschaft. Das heißt, Sie sind Befürworter der sozialen Marktwirtschaft? Ja, ich würde vielleicht noch so ein bisschen weitergehen. Ich bin Befürworter der sozialen Demokratie. Das geht noch ein Stück weiter als soziale Marktwirtschaft, aber das ist natürlich ein Anknüpfungspunkt. Der Begriff der sozialen Marktwirtschaft kommt ja aus einer anderen Tradition als der sozialdemokratischen, kommt ja aus der ordoliberalen Tradition. Dagegen habe ich nichts. Da gab es ganz viel Richtiges dran in dem Denken auch der ordoliberalen. Aber ich würde schon auch den planenden, den demokratisch planenden und steuernden Charakter des Staates etwas stärker sehen, als im Begriff der sozialen Marktwirtschaft historisch sich wiederfindet. Aber ich habe sonst natürlich auch mit dem Begriff der sozialen Marktwirtschaft überhaupt kein Problem. Das ist schon ein guter und richtiger Anknüpfungspunkt, wo man sich natürlich auch mit Vertretern unterschiedlicher politischer Richtungen treffen kann in diesem Konzept. Sie treiben ja bis 2030 die autofreie Innenstadt voran. Warum investieren Sie dann noch in die wirtschaftliche Entwicklung der Innenstadt? Diese Frage müsste man andersherum stellen. Wir wollen, dass die Innenstadt blüht, wächst und gedeiht. Und die Frage ist, wie wir das am besten hinkriegen. Und damit man die Innenstadt entwickeln kann, braucht man zwei Sachen. Sie brauchen eine hohe Aufenthaltsqualität, damit die Leute da hinkommen und einkaufen, in Restaurants und Kneipen gehen und sich dem Kulturgenuss widmen. Das ist das eine. Hohe Aufenthaltsqualität und die Innenstadt muss natürlich auch gut erreichbar sein. Beides muss man zusammenbringen. Wenn man in der Innenstadt viele Auftruchs hat, dann ist das sicherlich kein Beitrag zu einer hohen Aufenthaltsqualität. Das heißt, die Reduzierung des Autoverkehrs, das zeigen viele Beispiele, Deutschland, Europa und weltweit, kann dazu genutzt werden, die Innenstadt attraktiver zu machen. Allerdings, da haben Sie recht mit Ihrer polemischen Frage, muss natürlich trotzdem eine gute Erreichbarkeit der Innenstadt auch gewährleistet sein. Insofern würde ich es so formulieren, der Begriff autofrei hat einen visionären Überschuss. Wenn man ganz genau hinguckt, geht es natürlich im Wesentlichen um eine autoarme Innenstadt, weil es natürlich nicht darum geht, jeden Pkw oder Lkw aus der Innenstadt zu verbanden, sondern einen klaren Weg dahin zu gehen, möglichst wenig Autoverkehr zu haben, aber gleichzeitig die Erreichbarkeit zu sichern und zu gewährleisten. Aber da muss ja einiges noch getan werden. Ich gehe mal davon aus, dass ich wohne in der Nähe des Weserparks, viele wohnen in der Nähe der Waterfront oder sowas. Wenn ich müsste, ich weiß nicht, 30 Minuten mindestens, wenn alles klappt, eher eine dreiviertel Stunde, Stunde, bräuchte ich in die Stadt. Das geht vielen anderen genauso. Ich habe kein Auto, aber wer vorher ein Auto hatte und vielleicht in 20 Minuten in der Stadt war, der nimmt das ja eher nicht mehr in Kauf, in dieser Zeit dann in die Stadt zu kommen, oder? Das kommt darauf an, wie man das gestaltet. Also jetzt hat man natürlich zum Teil Staus, jetzt hat man möglicherweise auch keine bequemen Parkmöglichkeiten und Park-and-Ride-Möglichkeiten. Und es kommt darauf an, durch die Gestaltung der Verkehrsmittel, es letztlich zu erleichtern, tatsächlich von A nach B und damit auch in die Innenstadt zu kommen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt Leute, die zwingend auf ein Auto angewiesen sind und auch sein werden, günstig, weil die einfach ungünstig wohnen oder von der körperlichen Verfassung her nicht so richtig in der Lage sind, andere Verkehrsmittel zu nutzen oder schwere Dinge transportieren müssen. Was weiß ich. Die haben im Moment Schwierigkeiten, von A nach B in vernünftiger Zeit zu kommen, weil ganz viele den Straßenraum nutzen und weil wir den Straßenraum nicht glibig ausbauen können. Wenn es uns gelingt, einen größten Teil des Verkehrs auf den Umweltverbund zu lenken, Fahrrad, Fußgänger, Busse und Bahnen, dann schaffen wir gleichzeitig für die, die weiter zwingend auf ihren Pkw angewiesen sind, überhaupt erst die Möglichkeit, wieder vernünftig dahin zu kommen, wo sie hinwollen. Insofern, glaube ich, ist eine Verkehrswende alternativlos. Sie ist alternativlos, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern, aber sie ist auch alternativlos, um den Menschen überhaupt wieder eine stressfreie Mobilität zu ermöglichen. Und zwar allen Menschen. Und das sollte das Ziel sein. Aber richtig voll und Staus gibt es ja vor allem, wenn es Unfälle gibt natürlich oder ähnliches. Und zum Berufsverkehr, also morgens und nachmittags bis abends, klar ist es voll. Da bin ich meistens in der Schule, deswegen bekomme ich das nicht so mit. Wenn ich aber mal mittags oder ähnliches in Mittags zum Beispiel da in die Innenstadt fahre, weil ich Ferien habe und dann einkaufen gehe, komme ich eigentlich immer relativ gut mit dem Auto in die Innenstadt. Also ich bin ja nun, habe ja nun jahrelang in Weih gearbeitet und bin zu Treffen und Terminen auch häufig mal tagsüber hingefahren. Und da lernt man die Verkehrslage kennen. Und sie ist eindeutig so, in vielen Großstädten ist sie noch schlimmer. Ja, das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Aber sie ist natürlich nicht gut. Und wenn sie schnell irgendwo hin müssen, dann nervt es sie kolossal, wenn sie zehn Minuten irgendwo im zähfließenden Verkehr stehen. Das führt schon dazu, dass sie den Termin verpassen. Also, da ist echt noch Luft nach oben. Und gerade beim Ein- und Auspendeln, da muss der Umweltverbund, also Bus- und Bahn- und Fahrradverkehr, auch Pedelecs, eine größere Rolle spielen als bisher. Sie sind ja jetzt seit 2019 Bürgermeister. Die Koalition mit den Linken war die einzige Möglichkeit, nachdem die SPD ja ausgeschlossen hat, mit der CDU zu koalieren. Dass Christina Vogt als Mitglied der Linken dann Wirtschaftssenatorin wird, hat die Opposition doch sehr überrascht, oder einige Teile zumindest. Können Sie das verstehen? Ja, das kann ich verstehen. Aber die Überraschung hat sich da sehr schnell gelegt, weil die Wirtschaftssenatorin ja einen sehr guten Job macht, was auch von der Wirtschaft selber anerkannt wird. Also, ich höre da keine Kritik von der Handelskammer, der Handwerkskammer und den Unternehmerverbänden, sondern sie macht einen guten Job. Und ich habe auch nichts anderes erwartet gehabt. Wie ist das eigentlich? Hat der Bürgermeister viel, viel Austausch da mit der Wirtschaftssenatorin und mit den anderen Senatoren? Und wie aktiv sind Sie damit drin, mit den täglichen Entscheidungen, Prozessen, die da umgesetzt werden? Also, wir haben natürlich die Ressortverantwortung. Und wir haben ja jetzt keine Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters. Insofern, sage ich mal, ist ganz klar, zuständig ist das jeweilige Fachressort. Aber natürlich gibt es ganz viele Fragen, die im Senat als Kollegialorgan diskutiert und beschlossen werden. Und natürlich gibt es auch jeden oder fast jeden Tag dann einen Austausch. Man ruft an, man diskutiert Fragen, auch jenseits der Senatssitzung. Und natürlich versucht man sich da wechselseitig auf dem Laufenden zu halten und einzubeziehen. Je nach Bedeutung der Frage und der Sache, um die es geht, ist das natürlich mal stärker und mal weniger stark. Jetzt mussten ja vor ein paar Wochen die Gastronomen wieder schließen. Unterstützen Sie persönlich diese Entscheidung? Ja, ich unterstütze den sogenannten teilweise Lockdown, weil er notwendig war und ist, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu kriegen. Aber ich verstehe natürlich auch all diejenigen, die sagen, was für Mist und wie ätzend, dass uns jetzt schon wieder unsere Erwerbsmöglichkeit genommen wird. Und deshalb ist es ja auch so notwendig, dass wir da vernünftige Hilfen leisten. Also Stichwort Novemberhilfen und jetzt Dezemberhilfen. Konnte man in Bremen die Gastronomen denn als Infektionsherd identifizieren? Oder wodurch kam, dass die wieder geschlossen wurden? Weil da gab es ja ziemlich ausgereifte Hygienekonzepte bei vielen. Also man hat ja das Problem, dass man gar keine, dass man den größten Teil der Infektionen gar nicht mehr genau feststellen konnte, wo sie herkamen. Nicht nur in Bremen, sondern bundesweit. Ein diffuses Infektionsgeschehen. Und dann konnte natürlich auch die Therapie nicht sein. Man greift sich in einen einzelnen Bereich raus und sagt, du bist schuld. Und die schließen wir übrigens, das wäre hammerhart, weil wenn jemand tatsächlich verantwortlich wäre für die Infektion und man würde ihn dicht machen, und man könnte auch keine Entschädigung kriegen. So haben wir ja anders argumentiert. Wir haben gesagt, wir müssen die sozialen Kontakte insgesamt reduzieren. Wir wollen Schulen und Kindertagesstätten offen lassen. Die Schließung von Industrie und Handwerk bringt im Prinzip nichts. Und der Einzelhandel ist für die Versorgung unerlässlich. Also bleibt nur der Kulturbereich, Gastronomie, Hotellerie, Veranstaltungsbereich, Freizeitbereich. Und die schließen wir, um die sozialen Kontakte in dem notwendigen Umfang zu reduzieren. Aber weil die ja gar nicht verantwortlich sind, in dem Sinne, dass wir nachweisen können, da kommen die Infektionen her. Deshalb kriegen sie ja auch eine richtig gute Entschädigung, weil sie im Prinzip in Anspruch genommen werden fürs Allgemeinwohl. So lautet die Argumentation und der Begründungszusammenhang für den teilweise Lockdown. Wer das anders hätte haben wollen, hätte sagen müssen, was denn die Alternative gewesen wäre. Und das wäre schwer gefallen. Aber gerade, weil wir so argumentieren und weil es so ist, ist es unerlässlich, dass es eine vernünftige wirtschaftliche Unterstützung gibt für die betroffenen Branchen. Und hätte Bremen ohne Druck aus dem Kanzleramt genauso entschieden? Ja, das war eine absolut richtige Entscheidung, weil wir mussten ja, wir haben ja Maßnahmen vorher ergriffen gehabt, Sperrschunde, Alkoholausschankverbot, bestimmte stärkere Kontaktbeschränkungen, weitgehendes Untersagen privater Feiern. Das hat aber ja nicht ausgereicht gehabt. Also insofern war es schon sehr richtig, dass so ein Teil Lockdown beschlossen wurde. Aber man war ja schon überrascht, dass auf einmal alle Bundesländer ziemlich genau die gleichen Regeln hatten. Sie nicht? Na, was heißt überrascht? Da haben wir ja intensiv drüber diskutiert bei der Ministerpräsidentenkonferenz und haben uns dann darauf verständigt, was ich glaube, was sehr sinnvoll und richtig war. Weil wenn man die Regeln klar und deutlich kommunizieren will, dann helfen bundeswarteinheitliche Regeln sehr. Wenn es zu regions- oder länderspezifisch wird, das verwirrt die Menschen nur. Okay, also Frau Merkel hatte wenig damit zu tun, dass es zu dieser Entscheidung kam letztendlich. Dass alle das bleibt. Nein, natürlich nicht. Frau Merkel hatte viel damit zu tun, aber die 16 Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten hatten auch viel damit zu tun. Das ist in so einer Runde nicht so, dass einer das Kommando gibt und die anderen schlagen die Hände zusammen. Sondern es wird schon stundenlang diskutiert und um den richtigen Kurs gerungen. Es gab ja in mehreren Medien übergreifend, egal wie man die einschätzt, die Vermutung, dass Angela Merkel ein Druckmittel hatte. Verraten Sie, welches das war? Druckmittel sind immer gute Argumente. Und Druckmittel ist, dass man sagt, wir müssen was tun, weil sonst gerät die Pandemie außer Kontrolle. Das sind natürlich Druckmittel. Und das ist aber auch sehr legitim. Weil man versucht, immer andere Leute mit besseren Argumenten so unter Druck zu setzen, dass sie einem folgen und das die eigene Haltung ernähren. Das ist bei der Kanzlerin nicht anders. Und natürlich ist sie in dem Kreis der 17, die mächtigste Einzel- oder der mächtigste Einzelplayer. Das ist doch klar. Auch ein nordrhein-westfälischer oder bayerischer Ministerpräsident kann es an Macht und Einfluss mit der Bundeskanzlerin nicht aufnehmen. Und ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis. Auch selbst ein Bremer Präsident des Senats kann es an Macht und Einfluss mit der Kanzlerin nicht aufnehmen. Das überrascht mich jetzt wirklich. Das ist eine total tiefgehende, überraschende Einsicht. Genau. Und angenommen, die Situation bessert sich jetzt nicht über Weihnachten Anfang des Jahres. Es geht erst mal so weiter. Mit dem Impfstoff dauert es auch noch ein bisschen länger. Wie oft kann man sich die Hilfen für die Gastronomie noch leisten? Ich will jetzt erst mal nicht darüber spekulieren, wie das weitergeht. Jetzt haben wir erst mal beschlossen, dass es weitergeht bis Ende Dezember. Wir sehen ja zumindest in Bremen doch gewisse Erfolge. Meine Hoffnung ist natürlich, dass es so weitergeht wie in den letzten drei, vier Wochen mit der Entwicklung der Zahlen. Dann würde sich die Frage nicht stellen, wenn die Zahlen auf dem gegenwärtigen Plateau bleiben oder nur geringfügig sinken. Dann wird man sich Ende Dezember noch mal die Frage stellen müssen, wie es weitergeht. Aber darüber zu spekulieren zum jetzigen Zeitpunkt, das bringt nichts. Das bringt erst was, wenn man genau weiß, wie die Zahlen nennen wird. Okay. Die Pandemie trieb, schätze ich mal, dafür gibt es verschiedene Studien auch. Wir werden in den nächsten Jahren dazu wahrscheinlich noch mehr hören. Viel mehr Menschen schneller zum Online-Handel, während die Geschäfte waren. Klar, kann man zuwarnen, kann man da nicht einkaufen. Wie stehen Sie dazu? Also gerade Amazon steht ja irgendwie sinnbildlich oft für den Online-Handel, und die nehmen viele Marktanteile da weg. Stehen Sie zu dem Unternehmen und zu dieser Situation? Ach, da bin ich old school. Ich bin ein Anhänger des stationären Einzelhandels, nicht des Online-Handels. Und mache das selber nur auch sehr selten. Ich kaufe meine Sachen stationär im Einzelhandel vor Ort. Ich bin auch kein großer Freund von Amazon. Die behandeln ihre Beschäftigten nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Insbesondere, was auch die Repräsentanz von Betriebsräten und Gewerkschaften angeht. Die sind auch nicht fleißige Steuerzahler, sondern nutzen alle Möglichkeiten, was legal, aber nicht immer legitim ist, um ihre Steuerlast massiv zu drücken. Also, ich glaube, wir brauchen dringend eine bessere Kontrolle, eine bessere Besteuerung und eine bessere Regulierung der großen Internetkonzerne oder der Internetplayer. Da möchte ich Amazon natürlich auch dazu. Ist das auch der Grund, warum das Logistikzentrum, was in der Nähe von Achim gebaut wird, nicht in Bremen ist? Der Grund dafür ist, dass da einfach die Flächen verfügbarer waren und einfacher sozusagen zu erwerben und zu bebauen, auch zu anderen Preisen, als das in Bremen möglich gewesen wäre. Aber das wird ja nichts daran ändern, dass die Menschen, die da arbeiten, aus der ganzen Region kommen. Also das begrüßen Sie schon, dass es zumindest eins in der Nähe von Bremen gibt, was auch wahrscheinlich für Bremer Arbeitsplätze schaffen wird. Na klar, so ist das immer. Also man kann sagen, liebes Unternehmen, du sollst ordentliche Steuern zahlen und du sollst auch tariflich zahlen und mehr Mitbestimmung ermöglichen. Das ist ja die eine Haltung und das ist auch meine Haltung. Auf der anderen Seite begrüße ich natürlich alle Arbeitsplätze, die hier in der Region entstehen, weil die Situation wird ja nicht dadurch bessern, dass keine Arbeitsplätze entstehen. Das ist ja das Wesen der sozialen Marktwirtschaft. Man begrüßt es und findet es gut, wenn Unternehmen kommen und investieren. Ja, und man freut sich auch. Und auf der anderen Seite sagt man, wir finden aber auch, ihr müsst Mitbestimmung und gute Arbeitsbedingungen und gute Bezahlung gewährleisten. Und wenn ihr große Gewinne macht, dann müsst ihr die auch vernünftig versteuern. Das ist ja die Grundhaltung der sozialen Marktwirtschaft oder der sozialen Demokratie. Und gab es denn Gespräche zwischen Amazon und Bremen, ob das vielleicht nach Bremen kommt oder war das für Amazon relativ klar? Das war ja vor meiner Zeit. Da kann ich jetzt im Detail nicht sagen, welche Gespräche da genochen sind. Okay. Ich weiß, dass es Anfragen gab, als ich Weyerbürgermeister war, ob sich Amazon ansiedeln könnte. Aber angesichts der riesigen Flächen hätten wir das in Weyer nie unterbringen können. Verstehe. Also das hatte sich schnell erledigt. Verstehe. Und gibt es irgendwie Unternehmen, die Sie sich wünschen, in Bremen mehr Arbeitsplätze zu schaffen? Irgendwelche großen Unternehmen, wo Sie sagen, die müssen unbedingt nach Bremen kommen? Oh ja, da kann ich mir ganz, ganz viele Elektro-, Maschinenbau-, IT-Konzerne vorstellen. Also kein Mensch würde sich dagegen sperren, wenn Microsoft, Apple, Tesla und was ist alles Mögliche an IBM und so weiter und so fort sich jetzt aufmachen würden, um Werke in Bremen zu errichten. Da würde ich mich jedenfalls nicht dagegen sperren, sondern würde sagen, alle Mann her. Das ist eine richtig gute Entwicklung. Da könnte man sich immer noch darüber diskutieren und vielleicht auch streiten, wie die Arbeitsbedingungen sind und müsste man sich dann auch. Aber alles, was an wirtschaftlicher Wertschöpfung in Bremen stattfinden würde, wäre erstmal hochwillkommen oder ist, nicht nur wäre, ist hochwillkommen. Aber wie gesagt, dann natürlich auch zu den allgemein geltenden Schwierigern in unserer Gesellschaft. Und gibt es Bremer Unternehmen, wo Sie sich wünschen, wo Sie hoffen, vielleicht wo es gut aussieht, dass da wesentlich mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, die eine gute Zukunftsprognose haben? Ja, wir haben natürlich ganz, ganz viele Unternehmen. Ich hoffe natürlich, dass unsere großen Unternehmen, die wir hier haben, ich habe es schon genannt, Arslo, Metall, die Hütte und das Mercedes-Werk und Airbus, dass die nicht nur bleiben hier, sondern nach einer gewissen Konsolidierungsphase dann auch ordentlich wieder expandieren und Arbeitskräfte dazu schaffen. Ich hoffe sehr, dass in unseren Häfen und mit all unserer großen Logistikwirtschaft natürlich zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Ich würde mich sehr freuen in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Wir kämpfen jetzt darum oder die Gewerkschaft kämpft darum, dass die Zentrale, die Hauptverwaltung der Nordsee in Bremerhaven bleibt. Also da gibt es ganz, ganz viele Punkte. Eigentlich würde ich mich bei jedem einzelnen Unternehmen freuen, wenn es nicht nur hier in Bremen bleibt, sondern wenn es auch Pläne hat zu expandieren und zuzulegen. Sehr gut. Dann kommen wir zu einer der beiden Schlusskategorien. Die heißt Kurzgefragt. Ich gebe Ihnen einen Satz, den Sie vorenden oder stelle eine Frage und Sie haben einen Satz, diesen zu beantworten. Okay. Am Ende meiner politischen Karriere möchte ich, dass Bremen die Metropole des Nordwestens ist und Zentrum für künstliche Intelligenz und Weltzentrum der Klimaforschung bei der nächsten Wahl koaliere ich mit derjenigen Partei, die die meisten Übereinstimmungen zum Programm der SPD aufweist. Sehr diplomatisch. Später möchte ich nochmal meine nie begonnene musikalische Karriere zumindest im Stillkämmerlein fortführen. Wenn Corona vorbei ist? Dann werde ich erstmal richtig Vete machen und mich mit Leuten treffen und das Leben wieder ein bisschen mehr genießen. Jedenfalls außerhalb der eigenen vier Wände, als ich das zurzeit tue. Mein Traumauto ist Mein Traumauto ist ein kleiner, schnuppeliger Elektroauto, in das ich tatsächlich reinpasse. Eigentlich finde ich meinen Dienstwagen jetzt so ein kleiner, also ein Mercedes 300E, das ist ja der kleinste Wagen aller Ministerpräsidenten, den finde ich schon ganz angenehm, aber ich weiß nicht, ob ich mir den als Privatperson kaufen würde. Ich brauche eigentlich gar nicht so häufig ein Auto. Okay. Elon Musk ist? Ein erfolgreicher Unternehmer und durch alle drei Ohren hätte ich beinahe gesagt gebrannt. Bei Amazon bestelle ich am liebsten? Ich kaufe nicht bei Amazon. Gar nichts? Doch, ich kaufe mal, er lade mir manchmal einen Film runter, oder hat mir schon einen Film runtergeladen, das stimmt. Okay. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich sozusagen was Körperliches bei Amazon in den letzten Jahren bestellt habe, aber im Premium bereit, das stimmt, da habe ich mir, wenn ich bei Netflix nichts gefunden habe, dann kann es auch sein, dass ich da mal nach dem Film gucke. Okay. Das gebe ich zu. Das spannendste Bremer Startup ist? Das spannendste Bremer Startup ist von dem, die jetzt, also ich fand die, das Unternehmen, was die 3D-Technik, was jetzt verkauft worden ist, ganz wunderbar, den Namen habe ich jetzt gerade verdrängt, das fand ich immer in der Vergangenheit, das spannendste Bremer Startup, ist dann natürlich sehr groß geworden und jetzt verkauft worden, aber war ganz wunderbar, natürlich, aber eigentlich will ich gar kein Einzelnes nennen, weil es gibt so viele hervorragende Unternehmen, die hier gegründet werden, dass, wenn ich mich da festlege, ich nur ins Fettnöpfchen trete. Verstehe. Dann kommen wir zur zweiten und letzten Kategorie, das sind Entweder-Oder-Fragen, ich gebe Ihnen zwei Möglichkeiten und Sie müssen sich für eine entscheiden. Okay. Kaffee oder Tee? Kaffee. Zeitung oder Magazin? Magazin. Welche lesen Sie da so? Ich lese Blätter für Deutsch und Internationale Politik, Spiegel, Freitag. Gut, dann Spiegel oder Freitag? Freitag. Gut, Print oder Online? Tendenziell eher Online. Koalition mit der CDU oder der FDP? Koalition mit der CDU. Bundesweiter Mindestlohn von 12 Euro oder nur noch 5% Arbeitslosigkeit in Bremen? Die Frage ist schon falsch gestellt. Sie könnten sicher für eins... Bundesweiter Mindestlohn... Nein, den Zusammenhang gibt es gar nicht. Bundesweiter Mindestlohn und Arbeitslosigkeit von nur 5% in Bremen. Da gibt es keinen Zusammenhang. Den muss es ja auch nicht geben, aber es könnte ja eins sein, was Sie jetzt noch schneller noch lieber haben würden. Nein, da würde man nur glauben, dass ich da einen Zusammenhang sehe. Sie können ja ausdrücklich sagen, Sie sehen keinen Zusammenhang und sich trotzdem entscheiden. Da lasse ich mich jetzt nicht reinbringen. Also, 5% Arbeitslosigkeit sind sensationell. Und wenn wir 5% Arbeitslosigkeit haben, dann ist es auch gar kein Problem, einen bundesweiten Mindestlohn von 12 Euro durchzusetzen. Dann nehme ich aber die 5% Arbeitslosigkeit als Antwort. Ja, mit dieser Erläuterung die 5% Arbeitslosigkeit. Okay. Welche Schlagzeile hätten Sie denn lieber in ein paar Jahren? Das neue Silicon Valley ist Bremen oder, ich nehme das als Artikelüberschrift, wieso die Gehälter in Bremen so überdurchschnittlich hoch sind? Das neue Silicon Valley ist Bremen, weil dann wären die Gehälter auch überdurchschnittlich hoch in Bremen. Okay. Also, der Schlagzeile ist beides. Dann noch eine Frage. Wir hatten gerade schon drüber gesprochen. Netflix oder Amazon Prime? Video. Ich bin mehr bei Netflix. Also Netflix. Okay. Dann vielen Dank für das Interview. Ich bin mehr bei Netflix. Vielen Dank.